Ich bin Mona, ich bin 24 Jahre alt, ich bin hier die Elektromeisterin, ich habe ein Team von sechs Kollegen unter mir. Unser Beitrag zur Energiewende ist ziemlich groß, Protovoltaikanlagen, ganz großes Thema. Kommt eine Wärmepumpe, müssen wir auch den Elektroanschluss anpassen. Wir geben jeden Tag unser Bestes und jetzt, wo das so Thema geworden ist, wissen wir natürlich auch, was für einen Stellenwert wir da bei diesem Prozess haben. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Da, wo ihr vorher schon gesehen habt, im Video, eine ganz tolle Künstlerin aus Amerika. Wir dürfen ein paar Fragen stellen. Dürfen wir ein paar Fragen stellen? Wie wollen Sie Ihre Musik benennen? Welche Musikrichtung haben Sie? Was ist die Musikrichtung? Crazy. Die Musikrichtung ist crazy. Okay, alles nur wild. Aber man hört ja schon von Blues-Grundlagen raus. Rock'n'Roll, Hip-Hop, Amerikaner. Okay. Only the good stuff. Okay. Und was wollen Sie ausdrücken mit Ihrer Musik? Was wollen Sie ausdrücken? Was wollen Sie ausdrücken? Ich will die Welt regieren. Mit meiner Musik. Mit der Welt. Mit der Welt. Mit der Welt. Ich will die Präsident der USA sein. Okay. Der Wundern verdrängt. Das ist mir. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss jetzt. Wir f***ing drank die ganze Bottle von Jack Daniels last night. Wir werden es wieder einmal. Ja, wir werden es jetzt. Komm, f***ing. So, wir... Oh, da geht's. Du bist starten early, oder? Ich bin jealous. Ben. I need five... Clemen! Okay, jetzt will ich. Say, lass zu... Hey. Lass uns hier hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020